Wiking, das ist deine Chance zu beweisen, dass ein echter Wikinger in dir steckt. Zu wem gehört das kleine Mädchen da? Ich bin kein Mädchen. Schnauze! Hilfe! Ich suche etwas. Etwas sehr Wertvolles. Hier ist nichts mehr. Dann lebt wohl. Der Schatz der Götter. Ich habe herausgefunden, wo der Schatz der Götter liegt. Wo ist, Männer? Der schläglich ist, wenn er einen Vater entführt. Und daher ist der neue Häuptling Vicky. Ich muss dringen zum Ohrenat. Ich habe kein Vicky verstanden. Der weiß doch gar nicht, was er uns befehlen soll. Lass dir Vater wiederholen. Schade, dass er mich jetzt nicht sehen kann. Leukus, reiß ich gerade Steuerbord. Richtung Kap der Angst. Ich habe so Zahnschmerzen. Der Samus, raus. Drei, zwei, eins, Feuer. Was hast du vor? Ich rette dir deinen Wiking-Einsatz. Die von uns sehen aber anders aus, als die bei uns zu Hause. Stimmt, die sind hübsch. Die Burg des schrecklichen Schwer. Schatz der Götter. Ich habe es. Ich weiß, wie wir reinkommen. Genau die gleiche Idee hatte ich auch gerade. Fall das! Oder ihr habt keinen Anführer mehr. Wieso? Wir haben doch noch Vicky. Wenn der schreckliche Sven den Schatz bekommt, sind wir alle verloren. Rückzug fährt! Aber das ist die Fall für mich. Jeder kann mutig sein, wenn das wirklich wichtig ist. Ich habe es.